Heute geht es um die Frage, wie man Hegel am besten liest. Und ich habe in Teil 1 ja schon gesagt, das ist gar nicht so einfach. Und es geht um die Behauptung, dass Denken heißt, mit den Begriffen in Bewegung zu kommen. Um die erste Frage zu beantworten, wie man Hegel am besten liest, habe ich mir Hilfe geholt von einem der prominentesten Hegelleser. Nein, nicht Marx, aber nicht allzu weit davon entfernt, nämlich Theodor W. Adorno, über den ich schon in meinem Video über den neuen Rechtsradikalismus und die AfD gesprochen habe. Es gibt ein sehr lesenswertes Buch von Adorno mit dem Titel Drei Studien zu Hegel. Ihr findet es in seinen gesammelten Schriften, Band 5. Adorno wusste, dass Hegel in Verruf geraten war, weil seine Texte schwer zu verstehen sind. Nach seiner Ansicht waren die Widerstände und die Ablehnung, gerade auch der großen systematischen Werken Hegels, aber falsch. Auch wenn er zugibt, dass Hegel deshalb so in Verruf gekommen sei, weil in vielen Texten Hegels, wie er schreibt, der Sinn selbst ungewiss ist und bis heute keine Kunst des Verstehens diesen Sinn eindeutig herausgearbeitet und fraglos etabliert hat. Mit anderen Worten, bis heute streitet man sich um die Auslegung von Stellen. Deshalb haben sich Philosophen häufig einen großen Spaß daraus gemacht, besonders schrill klingende Sätze von Hegel genüsslich zu filetieren. Nun kann man sich leicht und schnell über vieles lustig machen. Man muss nur einzelne Begriffe oder Aussagen voneinander isoliert betrachten und sie dann gegeneinander ausspielen. So schreibt Hegel in einer berühmten Stelle der Wissenschaft der Logik, dass das Nichts, das reine Nichts, einfache Gleichheit mit sich selbst sei, vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit, Ununterschiedenheit in ihm selbst. Und wenige Zeilen später bemerkte er, dass das Nichts zu denken zwar stattfinde, aber es sei ein leeres Anschauen und Denken. Und dann, Zitat, dasselbe Lehre anschauen oder Denken als das reine Sein. Nichts ist somit dieselbe Bestimmung oder Bestimmungslosigkeit und überhaupt dasselbe, was das reine Sein ist. Zitat Ende. Womit gezeigt wäre, dass das reine Sein und das Nichts gleich sind. Okay. Das ist zumindest auf den ersten Blick ziemlich harter Tobak. Hat aber seine Logik. Dazu aber ein andermal. Bei Hegel kommt es nicht zuletzt auf die Bestimmung des Einzelnen und des Stellenwerts von einem Detail im gesamten System an, sagt Adorno. Das gesamte System aber erschließt sich erst im Vollzug des Denkens. Man hat es also nicht schon vorher einfach parat. Und genau so sollte man Hegel lesen. Mal angenommen, man geht von einer gewöhnlichen und weit verbreiteten Unterscheidung aus. Etwa der zwischen klaren und unklaren Gedanken. Dann verfällt man, sagt Adorno, leicht dem Irrtum, dass die Dinge oder auch die Begriffe, die man betrachtet, statisch sind. Es liegt fest, was klar und was unklar ist, denkt man. Die große Frage aber ist, ob das tatsächlich so ist. Ist es tatsächlich so, dass wenn man versucht, die Wirklichkeit zu erfassen und die Dinge zu denken, die Welt leichtsam einfriert, sodass sie in diesem präparierten Zustand für Wissenschaft und Praxis in den Begriffen verfügbar bleibt? Genauso denken viele. Irrtum, sagt Hegel. Sprache ist etwas Fließendes. Sie ist Teil eines Ganzen. Ein Jahrhundert später nimmt der Philosoph Ludwig Wittgenstein diesen Gedanken auf und sagt, die Sprache und mit ihr alle Begriffe seien nicht statisch, sondern wie ein Flussbett veränderlich. Denn Sprache ist immer Teil einer Lebensform, die niemals streng und vollkommen klar umrissen ist. Versucht man, die Sprache völlig eindeutig zu machen und festzulegen, dann wird sie entweder zu Mathematik, okay, oder sie wird völlig steril. Sie friert ein und wird leblos. Hegel teilt diese Ansicht genau. Wenn schon die Sprache in Bewegung ist und sich die Begriffe auseinander entwickeln und wieder ineinander verwickeln, dann muss es doch umso schwerer sein, das zu machen, was ihm vorschwebt, nämlich das Ganze der Wirklichkeit in den Blick zu bekommen. In gewisser Weise entziehen sich nicht nur die einzelnen Begriffe, sondern mit ihnen auch die Dinge ständig. Aber, und das ist einer der Schlüsselbegriffe bei Hegel, nicht irgendwie und beliebig, sondern in einer sogenannten bestimmten Negation. Was ist damit gemeint? Angenommen, ich möchte einen Moment verstehen. Was ist jetzt, dieses Jetzt? Dann versuche ich das, was jetzt ist, einzufrieren. Aber damit negiere ich natürlich gerade die Entwicklung, die diesen Moment ja ausmacht, als einen Moment der Zeit. Mit so einer abstrakten Negation komme ich also nicht weiter, sagt Hegel. Angenommen, ich will verstehen, was ein Kaninchen ist, dann hilft es nicht, das Kaninchen im Kontrast mit irgendwas anderem zu betrachten, etwa einem Fußball. Ich brauche vielmehr eine relevante Alternative, eine bestimmte Negation des Kaninchens, ein anderes Einzelwesen, mit dem ich es vergleiche. Kälte ist die bestimmte Negation von Wärme. Das ist in gewisser Weise das Geheimnis der Bewegung der Sprache und der Logik, dem Hegel, auf die Spur kommen will. Wenn ihr denkt, versucht ihr natürlich etwas so konkret zu erfassen und so eindeutig zu sagen, wie man es nur sagen kann. Und stellt trotzdem fest, dass ihr es nicht könnt. Ihr könnt noch nicht einmal etwas so Einfaches wie, was ist ein Spiel, genau definieren. Man kann die meisten Dinge nicht klar definieren, weil man sich, um das zu schaffen, immer auch auf andere Begriffe und auf ihr Gegenteil beziehen muss. Kälte ist das Gegenteil von Wärme, aber was ist Wärme? Hinzu kommt, dass die meisten Begriffe unscharfe Ränder haben. Und weil das so ist, sagt Hegel, muss man eben das gesamte System der Begriffe in Rechnung stellen, mit dem man ja die ganze Zeit operiert, oft aber so tut, als gäbe es nur die einzelnen Begriffe, nicht aber die Sprache, die sie und uns ja dauernd umgibt, wie das Wasser den Fisch. Und dann sagt der Fisch, wieso Wasser? Ich sehe hier keins, sondern nur einzelne Fische. Sprache ist aber das Wasser des Denkens und deshalb übersehen wir sie als Denkfische so leicht. Begriffe sind also nicht selbstständig. Hegel sollte man also nicht so lesen, als seien sie es. Wer Hegel lesen will, muss sich in die Bewegung der Begriffe vertiefen, ihre Abhängigkeit, ihre Negation, ihr Werden. Und das ist nicht so einfach. Philosophie lässt sich in gewisser Weise verstehen als die Anstrengung, etwas zu sagen, das man eigentlich nicht oder noch nicht sagen kann. Man kann das fließende Wasser nicht packen, weil es sich ständig bewegt. Zupacken alleine nutzt da nichts. Was hat man dann in der Hand? Hat man damit Wasser verstanden? Hegel zu folgen und Hegel zu lesen bedeutet zu verstehen, dass man keinen unmittelbaren Zugang zur Erkenntnis hat. Man muss sie erwerben, indem man sich durch die Begriffe kämpft und versteht, wie sie sich aufeinander beziehen und sich auseinander entwickeln, wie ihre Logik ist. Das auf eine systematische, grundlegende Art gezeigt zu haben, ist eines der bleibenden Verdienste von Hegel. Natürlich könnte man jetzt auf die Idee kommen, es sich ganz einfach zu machen und aus all dem, was unklar ist, etwas Klares zu machen, indem man es einfach festlegt, also einfach definiert. Aber das funktioniert eben nur in der Mathematik und nicht in der Alltagssprache, die man dann zu einer Art von Mathematik machen würde, was dazu führt, dass sie nicht mehr funktioniert. Man würde am realen Leben vorbeilaufen und vor allem vorbeidenken. Hegel macht sich genau über dieses Thema Gedanken, wenn er versucht, exakte Wissenschaften, Logik, die Wahrkeit der Begriffe und der Erkenntnissphären voneinander zu unterscheiden. Eine von Hegels zentralen Einsichten ist es, dass die Forderung nach Klarheit sich in sich selbst verstrickt. Warum? Weil die Begriffe, wenn sie unbeweglich werden und fixiert werden, gerade diese Klarheit selber nicht hergeben. Also ist alles nur vage, unklar, unwahr, weil man am Ende das, was man sagen will, nicht klar genug sagen kann? Natürlich nicht, sagt wiederum Adorno. Auch wenn die Sprache kein Index, also kein Anzeigen des Wahren erlaubt, so wie wir das gerne hätten, so eignet sie sich trotzdem immerhin, das Falsche anzuzeigen. Und das ist ja eine Erkenntnis. Hegel formuliert es so. Kein Satz ist einfach nur in sich selbst wahr. Kein Satz erfasst die ganze Wahrheit. Dafür muss man schon mehr als einen Satz sagen und zumindest mehr als diesen einen Satz sagen können. Man muss also eine Sprache sprechen können. Selbst wenn man weiß, dass es wahr ist, dass es da draußen ein Kaninchen gibt, das über die Wiese hoppelt, muss man immerhin wissen, was da draußen, was ein Kaninchen und was Hoppeln ist und das auch noch alles in seinem Zusammenhang. Man braucht also mehr als einen Satz und mehr als die Wörter in einem Satz, um diesen Satz zu verstehen. Wörter, also Begriffe, gibt es nur im Schwarm. Die Begriffslogik ist stets in Bewegung. Also muss man auch im Zusammenhang denken, über das eine Wort und über den einen Satz hinaus, manchmal auch ohne Rücksicht auf die eigene sprachliche Praxis und den einen Satz, den man gerade eben gesagt hat. Hegel ist einer der ersten gewesen, die erkannt haben, dass man sich nicht wie bislang geglaubt auf einfache Begriffe im Sinn klarer Definitionen beziehen kann. Damit kommt man nicht weit. Wenn man Erkenntnis will, muss man weiterdenken, muss die Entwicklung oder gewissermaßen die Evolution der Begriffe ins Auge fassen. Seine Phänomenologie des Geistes ist ein Buch, das diese Entwicklung nachzuzeichnen versucht. Logik ist für Hegel etwas Dynamisches, Kraftvolles, eine Bewegung eines Begriffs über sich selbst hinaus. Und erst in dieser Bewegung steckt überhaupt Erkenntnis. Es gibt also so etwas wie eine nicht zu tilgende Wahrheit der Begriffe, gerade auch dann, wenn man sich um ihre Klärung bemüht. Vielleicht versteht ihr jetzt besser, warum Adorno behauptet hatte, Hegel sei aus ganz anderen Gründen in Verruf geraten. Nicht, weil er schwer zu verstehen ist und man doch die Dinge stattdessen auch einfacher und klarer sagen könnte. Warum stellt der Mann sich so an? Nee, eben nicht. Das ist nicht möglich. Hegel ist also nicht unklar, weil er dumm ist oder weil er es uns schwer machen will, sondern weil es in seinen Augen nicht anders geht, das Denken. Hegel versucht möglichst exakt zu sein, wenn er die Bewegung der Begriffe möglichst genau nachzeichnet. In gewisser Weise ist Hegels Philosophie darüber hinaus auch der Einspruch, dass man nicht zu glatt umgehen sollte mit der Wirklichkeit. Auch die Wirklichkeit der Dinge verändert sich ja ständig, ist im Fluss begriffen wie die Begriffe. Und man selbst, wenn man denkt. Insofern muss philosophische Sprache skeptisch gegenüber allzu großer Klarheit und Starrheit von Definitionssystemen sein. Wer absolute Widerspruchsfreiheit fordert, darf nicht vergessen, dass sich nur Sätze widersprechen können, nicht aber Begriffe, Katze, Hund, Kaninchen als Begriffe, nebeneinander gestellt, widersprechen sich nicht. Problematisch wird es erst, wenn man Begriffe verbindet zu Sätzen, zum Beispiel sagt, die Katze ist ein Hund oder kein Hund ist eine Katze. Die Frage ist, wie man zu solchen Aussagen kommt. Und genau das will Hegel rekonstruieren. Der Gehalt seiner Philosophie ist also ein Prozess, schreibt Adorno. Denn in genau dem Moment, in dem man etwas darzustellen, also zu denken versucht, in dem man es mit Begriffen festhält, muss man sich, um es zu verstehen, was man da festgehalten hat, weiter bewegen. Also den Begriff, den man gerade hat, den man gerade bestimmt hat, verlassen und ihn negieren. Das ist in gewisser Weise Hegels Methode. Man negiert nicht irgendetwas, sondern das, was man gerade bestimmt hat. Man hat bestimmt, was nichts ist, dann negiert man es und kommt zur Bestimmung von Sein. Klingt seltsam? Ich versuche es nochmal. Begriffe sind in gewisser Weise so etwas wie in Sprache geronnene Zeit oder geronnene Realität. Sätze über oder Begriffe von der Welt und den Dingen wären nur dann wahr, wenn die Wirklichkeit selber tatsächlich auch genau so eingefroren und erstarrt wäre wie der Begriff. Adorno bringt einen sehr hilfreichen Vergleich. Er sagt, dass Hegels Veröffentlichungen eher Filme des Gedankens waren als Texte. Man muss Hegel also so lesen wie einen Film. Das ist ziemlich ungewohnt. Wörtlich schreibt Adorno, wie das geschulte Auge Details eines Films nie so festhalten wird, wie die eines stillgestellten Bildes, also einer Fotografie, so ergeht es mit seinen Schriften, also Hegels Schriften. Warum? Weil es Hegel darum geht, den Denkprozess selber zu verstehen und darzustellen. Und das versucht er, indem er zeigt, wie einzelne Begriffe ineinander übergehen, wie sie werden, wie ein Frame sich verändert und zu einem anderen wird und in ihn übergeht. Vom Sein, vom Etwas, das man negiert, kommt man zum Werden. Man hat also ein Etwas, mit dem fängt man an, dann die Negation dieses Etwas, das Andere, und schließlich das, was daraus wird. Bei Hegel geht es darum, wie sich Begriffe verwandeln und verwandeln müssen, wenn sie zu richtigen Erkenntnissen führen sollen. Marx nimmt später diese Methode auf und untersucht, wie sich Arbeit in Produktion und diese in Ware und diese wiederum in Konsum entwickelt und wie das zusammenhängt. Nach Hegel denkt man, indem man sein Denken verwandelt, und zwar indem man das, was man denkt, mit seinen Antithesen konfrontiert. Und der Funkenschlag aus beiden bringt, zumindest momentan, Aufklärung, Erkenntnis. Vorausgesetzt, Sprache und Begriffe geraten in Bewegung. Man muss Hegel wie einen Film sehen, so statisch Wörter in einem Text auf einer Seite auch erscheinen mögen. Am Ende sind sie in Wahrheit Bewegung. Um nochmal Adorno zu zitieren, vom Leser erwartet Hegel ein Doppeltes. Er soll mitgleiten, vom Fluss sich tragen lassen, das Momentane nicht zum Verweilen nötigen. Zitat Ende. Er will also sagen, wer Hegel liest, sollte gefälligst nicht alles künstlich abbremsen, einfrieren, konservieren. Denken muss frisch sein, Denken muss sich bewegen. Denken ist der ganze Film der Begriffe und nicht ein einzelner Frame. Ein Film ist eben kein einzelnes Foto. Denken ist kein Begriff. Aber das ist nur einer der Aspekte. Adorno schreibt weiter. Andererseits jedoch ist ein intellektuelles Zeitlupenverfahren auszubilden, das Tempo bei den wolkigen Stellen so zu verlangsamen, dass diese nicht verdampfen, sondern als Bewegte sich ins Auge fassen lassen. Wie schön. Da kritisieren die Leute Hegel, weil er zu wolkig ist. Und dann besteht das ganze Geheimnis darin, diese schönen Wolken zu betrachten. Und wie geht das jetzt zusammen, der Film mit dem Zeitlupenverfahren? Adorno sagt, kaum je werden beide Verfahren demselben Akt des Lesens zuteil. Er wird ebenso in seine Gegensätze sich zerlegen müssen, wie der Gehalt selbst. Er will sagen, lies einfach, sieh dir den Gedankenfilm an und dann musst du die Stelle nochmal lesen, anders lesen, Zeitlupe. Einmal den Film sehen, dann auf ein Detail scharf stellen, dann wieder loslassen, langsamer werden. Auch mal Frame für Frame. Genau das macht das Lesen von Hegel so schwer. Man muss seine eigene Lesehaltung ständig wieder verändern. Man muss sich auf die Details konzentrieren, aber auch auf die Bewegung der Details im Ganzen. Was Hegel will, ist die Bewegung der Gedanken selbst zu verstehen, die Logik der Begriffe. Hegel ist ein Film, keine Fotografie, so wie eine Reihe anderer Bücher eher Fotografien sind. Manchmal ist gesagt worden, dass Hegels berühmte Phänomenologie des Geistes eine Art Bildungsroman der Moderne wäre. Ich glaube, dass das stimmt. Denn Bildungsromane erzählen ja Geschichten von Entwicklungen und Handeln von Personen, die sich verändern, weil sie am Anfang der Geschichte andere sind als am Ende. Hegels eigene Definition von Philosophie war es, ihre Zeit, also all das, was uns umgibt, was wir selber sind, was vorwärts drängt in unterschiedlichen Tempi, in Begriffen zu erfassen. Philosophie ist genau diese Arbeit und Anstrengung des Begriffs, die eben nicht aufhört, sondern immer und immer weitergeht. Genauso wie eben die Geschichte weitergeht und nicht einfach stehen bleibt. So toll auch die Erkenntnisse sein mögen, die man über diese Geschichte gesammelt hat. Hegel, diese Anstrengung ankreiden zu wollen, wäre ein bisschen einfach. Das wäre so, als würde man sagen, ich nehme dir, Hegel, das persönlich Übel, dass die Welt sich permanent verändert und du dich mit diesem Denken dann der Welt anpasst. Worum es im Denken geht, ist nichts anderes, als damit anzufangen, die Dinge darzustellen, also sie zu beschreiben und dann in eine kritische Selbstreflexion des Denkens zu kommen, also dessen, was man da gerade beschrieben hat. Warum? Weil das, was man da beschrieben hat, eben noch nicht der Weisheit letztes Wort war. Hegel geht es um das richtige Denken des Denkens. Den Lesern im 19. Jahrhundert muss dabei ein Mühlrad im Kopf herumgegangen sein, schreibt Adorno. Das kann übrigens auch heutigen Leserinnen und Lesern so gehen. Aber ihr wisst ja jetzt, warum. Genießt den Hegel-Film. So wie die 7-Minuten-Farbrausch-Sequenz in 2001 Odyssee im Weltraum. Auch die muss man ja ein paar Mal sehen, um sie zu verstehen und ist sich trotzdem nicht so ganz sicher, ob man sie wirklich richtig verstanden hat. Denkt daran, Hegel ist ein Film. Keine Fotografie, die man an die Wand hängt und drunter schreibt, gelesen, fertig, aus die Maus. Soweit zum Lesen von Hegel. Im nächsten Hegel-Bit geht es darum, wie Denken und Wissenschaft eigentlich anfangen. Wie macht man das, den richtigen Anfang im Denken zu finden? Und ist der Anfang jetzt die Henne oder das Ei? Antworten gibt es in Folge 3. Und tschüss.